Hier und Damen herzlich willkommen zum weiteren folge von mir ich zog das spiel minecraft dungeons und leute ich habe alle runen gefunden die hier verteilt sind Wenn man die alle gefunden hat wird ein secret level freigeschaltet Ja ich versuche es mir mein op wird Das abzuschließen mal schauen wie ich mich schlage ob es einfach wird und so ich bin gespannt Okay, sind zum pinsel pilzinsel es gibt auch Aber sieht auf jeden fall sehr schön aus Also das hier ist mein op bild mit den wirbelwind spinnenrüstung und hafen am brust Hier habe ich noch drei artefakte, aber ich glaube ihr seht es nicht Sind es gegner? Ja das sind gegner Leute Alter sieht das so schön aus was Das sind einfach nur küh als gegner Irgendwie komisch Ok, ich per Level 101, also es ist möglich, mehr als selber 100 zu werden, ok, ok, schön zu wissen. So viel Kühe, Map ist mega komisch, auch, sie sind auch nicht stark, äh, die Gegner, also braucht so ein Kuh stark sein, aber es gibt keinen anderen Gegner hier. Ok, bei diesem Level kann ich sehr gut IP-Farm auf Level Up, also das ist echt eine perfekte Map dafür. Alle, die haben so keine Chance, die haben einfach keine Chance. Oh, der hat viel Leben, der hat viel Leben. Ah, ich wäre Schiss ab, du, du Opfer. Oh. Oh. Alter. Er ist nicht einfach, der ist nicht einfach. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ok, ich kann mich wieder heilen, perfekt. Einfach raus, mich halt nicht eh. Und schön kritischen Damage machen Und jetzt auch drauf Und easy Ja, also der Boss ist cool Also ich glaube nicht, dass der stärkste Boss ist oder so Vielleicht liegt es daran, dass ich ein OP-Bild hab Als meinen Meinung nach ist ein OP-Bild Aber war cool Das war's Fertig Oh Kurzes Level nur Aber man kann hier so schön aufleveln Als wenn man EP fahren möchte, dann ist Das Level richtig gut Also perfekt glaube ich Ja Leute, das war's Das war das Secret Level War nicht schlecht War nicht schlecht, war schön Aber was ich irgendwie schade finde Es ist nur ein Gegner Typen gibt Nur die Kühe und so ein Boss mehr nicht Aber Mir hat das Level gefallen Der Boss war auch ganz geil Und ja Leute Das war's jetzt Das war eine kurze Folge Ich weiß Aber ich möchte es Euch gerne zeigen Mit meinem OP-Bild Und ja Das war eure Zwilling Have a nice day Und ciao donc Bis zum nächsten Mal